Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Volk auf dem Kanal und heute mal wieder Spam und Splatoon Rescue. Und heute sehen wir uns mal dieses schöne Flugzeug an, das ich im Workshop gefunden habe. Von der tschechischen Air Force, also Luftantrolle bezeichnet. Sehr interessantes Flugzeug tatsächlich, kann ich sagen. Es ist da sehr viele Eigenschaften, die das Flugzeug sehr realistisch machen und generell auch sehr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, jedenfalls guckt es sich auch immer an. Innenausrüstung allein schon extrem geil. Also man kann nicht sagen, dass das Flugzeug nicht genug Details hat, weil es hat wirklich, würde ich sagen, an jeder Ecke hier ein Detail. Es sind ja sogar die ganzen Rohre und so angebracht, also schon gut gemacht. Ich gucke mir mal ein paar Sachen hier an. Hier, das wird nicht großartig was machen. Ich rede nur nach, hier, die Dinger. Schüsse. Ich glaube nicht, wie schieß ich die Dinger nicht ab. Wie schieß ich die Dinger nicht ab. Ist wahrscheinlich nur zu deko oder so, weiß nicht. Lichter kann man im Cockpit anmachen, oder? Ne, hier. Ja. Gut, was ist das? Warte, erst einmal. Batterie, Backup-Batterie, wo füllen wir uns? Manky an. Zentrale Pumpe. Die Maschinen an. Einfach jeden Knopf an. Putz. Du schaffst an. 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 Wir machen einfach alle Lichter mal ganz kurz an. Gut, ich schiebe irgendwo uns das mal an. Mache ich ein Blütchen an. Hier auf jeden Fall nicht. Main. Sledge, oder was? Gehe ich mal davon aus. Das ist gerade Licht. Okay, boah, das ist ja... Aber das ist gut gemacht, ne? Das ist schon... So, kann man nach oben und unten... Wie schießt man? Fire. Oh, das ist... Cool. Wie schon sagte der Dinger, das Flugzeug hat wirklich... Das Flugzeug? Ich find's ganz gut. So, wir machen nicht ganz so schnell. Flugzeug, sie setzt sich in Bewegung. Weil ich würde gerne erstmal auf die Startbahn rollen. Das Flugzeug rät sich irgendwie nicht. Ich würde mal gucken. Was da denn jetzt los ist. Ich gebe am besten an alle. Aber es dreht sich nicht. Das Ding. Das Ding. Das ist gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Naja, ähm, was da jetzt gerade los war, weiß ich nicht, weil das Flugzeug hat sich nicht gedreht, irgendwie. Und das Ding ist halt, ich hab nicht mal was falsch gemacht, eigentlich. Ich hab nicht alles gemacht, was verstanden, was ich machen soll, was ist das Ding? Ach, Kühnung. Digga, ich drück da die ganze Zeit mit F, weil ich das dazu gewohnt bin, dass wir mit F... Ach, Junge! Ach, mach doch! Oh Gott, die hat auch die Juck da. Schon ziemlich. So. Hm. F-Guard hab ich gemacht, eigentlich. Hab ich eigentlich gerade wirklich gedrückt? Versuch mal direkt so zu starten. Komm schon, vorwärts. Komm schon, hoch, hoch. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben's, wir haben's, wir sind in der Luft. Und wir sind nicht gequasht. Das ist stark. Sehe ich als stark an. Digga, das ist schnell wie scheiße das Flugzeug. Okay, jetzt funktioniert Lev und Woll noch mal. Wieso ist das Ding da unten? Auch wenn das macht mir Sorgen. Okay, wir sind zu schnell. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt gestellt, immer noch zu schnell. Gut. Ich bin nicht gerne irgendwie wieder landen, weil es kam. Ich bin nicht gerne. Obwohl, der Anflug ist gar nicht mal so scheiße. Komm schon Leute, wir können das. Ach scheiße Digga. Fuck. Oh Gott. Oh. Smooth. Smooth, smooth, smooth. Smooth gelandet, gut. Schuh abnehmen. Wir sind ohne einen Kratzer gelandet. Ohne einen Kratzer, na gut. Alles klar. Inventar hab ich voll. Wer sagt das, dass mein Inventar voll ist? Wer sagt das jetzt gerade? Wie kann ich das? Weg damit. Weg mit dem Beinokalas, wie geht das? Weg damit! Ich will SMG aufsammeln, naja. SMG ammo. Ah ja, Baby. Ich bin wieder da hin. So. Ich würd gern erstmal aussteigen und auf mein Leben klarkommen. Und... Ich guck mir das auch gern alles hier mal angucken. Flairgang kann ich den brauchen. Mal rein da. Flairgang. Airmo wäre vielleicht ganz nützlich. So. Beinokalas brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht, oder? Ist das auch klein? Ne. Flairgang ist wichtiger. Gut, und das ist das Ding, was ich grad gesucht hab. Gut. Und hier könnte man dann, was weiß ich was, verladen. Ich denke nicht ein Auto oder so, aber vielleicht was kleines wie ein Motorrad. Aber ich denk halt nicht ein Auto. So. Ah. Naja. Ich frag mich, wieso was Ding grad offen war. Frag ich mich wirklich. Okay, dann mal wieder hoch. Ich denke... Reicht die Landebahn noch aus, um nochmal zu starten? Ja, safe call. Gut. Ähm. Angels mach ich hier. Voll kann das schon ab. Komm. Park den Bremsen, oder? Also Park beim Bremsen generell. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hilfe! Oh, gosh. Das war knapp Hilfe. Na gut. Ganz so schnell muss man dann auch wieder nicht sein. Ich hab die Geschwindigkeit nur genutzt. Das ist wegen dem Anflug. 60% tut's auch. Das ist... Warte. Autotüte halten. Autopilot. Autopilot schlagen. Autopilot praktisch. Ach, scheiße. Ja. Autopilot zum Arsch. Hilfe! Hilfe! Ich kann nichts machen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schau mal deinen Maul, Digga! Was will ich jetzt erst mal auf mein Leben klagen? Komm mal an. Blut aus. Autotude. Gut. Jetzt macht es noch einmal, was ich sage. Aus der Minderhöhung, ja, ne? Sind das auf der Wunsche, meine ich fast, oder? Ich guck mal, wo wir gern hin gehen würden. Wir fliegen in die Fallschrecken, und ich will da hin. Wir fliegen jetzt da hin, ja? Ist mir egal, wir fliegen, wir machen das. Wir landen da jetzt auch. Ich glaube, mit Fallgeschwindigkeit. So, Digga, das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig, wir brauchen hier ein bisschen Action! So muss das! Oh Gott, Digga. Scheiße, ich bin am Ars. Ich seh schwarz. Wenigstens hab ich hier so'n Höhenmesser. Ich seh halt auch nix, also wirklich nix, Leute. Alles was, ich hab jetzt mein Bauch gefühlt. Und ich mein, darauf ist grad zu rumverlassen. Ich weiß nicht, ist das da ne Wolke, oder ein Berg? Ich würde sagen, das ist ne Wolke. 4,1 Kilometer nach. Ganz kurz nachschieben. Ich guck' wo's ist. Da ist der Flughafen, na gut. Da ist der Flughafen, na gut. Folk brauchen wir nicht. Das ist nicht notwendig. Das ist jetzt schon schwer genug, übrigens Leute, für alle, die's nicht glauben, ja. Ich glaube, ich seh schon Flughafen, aber das ist ein falscher, das ist ein Wichsanflug. Ich guck' die mal hier grad machen, was ist das da? Was ist das da? Da seh' ich Licht, also ist das ein Flugzeug, oder? Was ist das da? Ist das ein Helikopter? Wie süß. Hallo? Olaf fliegt mir hinterher. Hallo Helikopter? Scheiße, das ist ein feindlicher Helikopter, oder? Hilfe... Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich bin zu weit gekommen und das Baby jetzt noch schließen zu lassen. Die Flugzeuge kommen haben wir ein Problem. Komm, da ist die Landebahn. Gleich haben wir es. Oh Gott, ich habe keine Kontrolle mehr. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Hilfe, seht ihr das? Das ist ein Stück in irgendeinem Gleitflug oder so. Oh Gott. Ah! Ich habe keine Kontrolle. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 Vorsicht! Oh Gott. Wir sind auf der Schürze. Hilfe! Wir fliegen weiter! Oh Gott, nein! Nein, nicht, nicht! Hör auf! Ich kann nicht runter vom Gaspedal. Es fliegt nicht langsamer. Es tut nichts! Es fliegt einfach weiter! Na gut. Ups. Was hätte jetzt nicht passieren sollen? Irgendwo habe ich noch ein Helikopter gesehen. Der mich ficken wollte. Ich ficke dich, Helikopter, also. Wir werden jetzt ein Helikopter... Warum ist jetzt alles grau? Haben wir hier noch einen Filter aktiviert? Warum ist alles grau? Ach, weil ich fast tot bin. Ach so. Ja, warte mal. Helikopter. Bam. Nicht da. Ich ficke dich. Ja, ja. Schön, genau. Schön. Helikopter. Schön. Ach so. Das waren nur die Lichter. Oder? Lichter? Was? aus vor Ort egal ich wo kaufe ich die denn so wie es ist in der unendlich Geld ich kaufe jetzt irgendwo hier ja kauft auch noch wir wissen wo das verfickte Flugzeuges. Irgendwo hier habe ich doch eine Basis oder so gesehen, meine ich. Ich habe sowas wie eine Basis gesehen, meine ich. Irgendwas war da. Ich sag's ja. Bin ich mir sicher. War irgendwas. Ich meine, mich hat ja ein Helikopter angegriffen, ne? Sky Airman. Hier vielleicht? Old Town noch nicht. Ich weiß, dass die das hier und welche sind. Und deswegen brauche ich jetzt ein kleines Flugzeug. Kein großes, kleines Workshop. Oh, das sieht doch schön aus. Obwohl, das war ja das Flugzeug, wo ich wusste, wie man das Ding fliegt, ne? Das Team war mir zu unübersichtlich. Die Leute verletzt sich nicht wissen. Ich meine, ich guck mich an, Digga. Ich weiß nicht, wo ich hier Batterieeinstellung oder was ich anschalten muss. Ich guck mich an. Oh, ne, doch nicht. Wo schalte ich das an? Fahre ich mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Guck dir an, Buga. Guck dir an. Guck dir einfach an. Nein, aber ich hab's nur noch andere Sachen, ne? Was ist mit dem Schöntal? Oh! Hilfe. Was ist denn jetzt grad passiert? Achso, das ist von zu hoch gespawnt. Da unten sind Bomben. Achso. Ja. Das ergibt Sinn. Tatsächlich. Irgendwie. Ziemlich viel Innenraum. Hält mir. Fährt einfach alles an. Irgendwie. Was ihr das bräuchte, nicht ist. Oh, es geht schon los. Schön. Gut, es war da. Die Bomben kommen weg. Die Bomben ficken mich gerade. Die Bomben kommen weg. Die Bomben kommen sowas von weg. Zucker ist gut, aber die Bomben sind weg. Oder gibt's noch bessere? Flugzeuge habe ich so oder so fast können. Herrlich. Skylodge. Hat zwar keine Waffen dran, aber das Ding sieht wie versprechend aus. Rein da. Rein da. Rein da. Oh. Shit. Panel. Ich weiß nicht, wofür ich das gerade brauche, aber ich habe kostenlos gemacht. Mr. Hock. Let's. Blieb. Ringwild. Generation Rides. Canopy. Gut. Ich habe das, weil ich weiß, dass ich es gebracht habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe, statt trotzdem nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe, was ich sage, 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 was ich und auch viel Salz aus ich hatte einfach schon das Ding startet einfach schon ich komme ich starte oder bin ich in der Luft? Gut, und jetzt suche ich diese Basis, die anscheinend existieren soll. Ich bin mir fast sicher, dass es hier gibt, Leute. Ich kann mich lenken, irgendwie entfällt, was geht. Und wo kam denn überhaupt der Helikopter, ist die Frage. Da hinten, seht ihr das da? Das ist ein weißer Punkt da in den Bäumen. Das ist das andere Grünfeld. Und wo kam ich dann, ist die Frage erstmal. Von da hinten. Die liegt auch in die Richtung. So, ich flieg ein bisschen runter. Aber vielleicht sehe ich sie noch besser. Sieht ihr irgendwas? Ich glaube, es war noch ziemlich gut. Ich schieße mich das Ding eigentlich ab. Arm, Arm, Arm. Ja. Ich habe auch einen Arm am Anfang, das war drei. So. So, ich schieße mich das Ding jetzt ab. Ich weiß nicht. Gut, dass wir der Helikopter von gerade. Warte. Dreh um. Ab zum Helikopter. Wo ist er? Wo ist der Helikopter? Da. Die sind jetzt hin. Da ist er ja. Da ist er wieder. Hallo Helikopter. So, feindlich schreie ich mich. Der nicht feindlich ist, besser nur. Ich muss viel in so einen Westen blicken. Aber er folgt mir trotzdem zu. Ich mache jetzt ein richtig schönes Manöver. Passt mal auf. Noch mal. Noch mal, noch mal, noch mal. So, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. So, jetzt. Und. Ja. Ja. Noch mal, noch mal, noch mal. Ja. Oh. 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 Oh, God, oh, God, oh, God. Raus hier. Cannopy, cannotopy. Oh, God. Okay, na ja. Ich bedanke mich für's Zusehen, Leute. Macht's gut. Ciao, bis jetzt in der nächsten Folge. Macht's gut.